Zu viele Schminke? Probleme mit Schminken? Schminke hat eine Lösung für euch. Dieses Produkt hat unser Leben verändert. Ja, früher hatten wir alle Jungs ignoriert, aber jetzt gucken wir alle hinterher. Ich habe immer zu, zu viel Puder benutzt. Damals hatte ich viel zu viele Kosmetikprodukte, aber jetzt ist es viel leichter. FURA! Schminke!